Herkunft von Ländernamen Kenia Der Name geht auf den Mount Kenia zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts reichste der deutsche Afrika-Forscher Johann Ludwig Krapf mit einer Karawane unter der Führung von Chief Kivoy. Als sie an einem Berg vorbeiging, fragte Krapf, wie dieser Berg heiße. Möglicherweise, weil das Aussehen des Berges ihn an die Fäden des wendlichen Straußenvogels erinnerte, meinte Kivoy, der Name sei Kenia. Jetzt kennst du eine weitere...